ich konnte jetzt gerade nicht lesen was das direkt war dieses kärtchen aber macht nix gelesen und ungelogen das war aber eh verkehrt gelesen habe ich feucht tücher es ist eine hütte der qual das mac million anwesend hier wusste ich mal ich hab ein körperchen okay wir haben den falsch stelle ja schon wieder da läuft ne vibe wo läuft ein den rennen rum können sehen wir haben auch zu laufen markus du weißt dass er sich so sehen da hinten läuft er ich würde gar nicht wissen ja ich sehe ihn auch aber woher kommen sind oder wenn du von von mir zu dir guckst dahin okay der kommt bei mir schon wieder näher da muss ich grad weg aber erstmal bis wir ihn auch gespawren nennen ist er da auf welche seite gehst du ich bin in meiner richtung sehr lang gelaufen nicht wo wir herkommt sondern der andere ist nicht der nächste generator ganz eilen kurz herzschlag ja ich glaube am generator vorbei das heißt ich verstecke mich gerade hier ja ich sehe dich ich habe herzschlag ich auch ich bin im schrank aber er muss ja immer noch rumgeistern wie oft habe ich ich hätte drei mal gesehen ob der zu mir da kommt er nicht bei mir ist er weggelaufen ja ich sehe den als von weiten also wir haben gleich noch mal zwei fertig ok ja 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 alles gut bei mir kommt er wieder ich habe herzschlag ich habe manchmal auch die sachen gehabt dass ich da jeden zeit im keller verbracht habe wo ist er denn ich sehe ihn nicht nein ich laufe in deiner arme nein keiner alter ich war so weit von ihm entfernen wirft er dir hinterher ja jetzt hat er mich gleich er hat mich gleich er hat mich ja und jemand schießt hier neben mir im schrank ja ich bin hier im schrank wo läuft er hin bei mir in der nähe irgendwo ja ja ich bin hier auch er bringt mich in den keller pass auf ne hier hinten ist er am haken ne er hat mich draußen am haken hängen ja ich bin hier ich mach den ersten generator ich falle vor mir und er kommt schon wieder in meine richtung weil ich hier nen generator verkehrt gemacht habe wenn dann wenn dann jetzt ich hab kein erster ja er kommt hier in meine richtung glaube ich ja er hat schlag weg nein ist er bei dir wieso ich wollte doch die falle machen ja das hatte ich vorher auch mal komm ja ich bin zur andernseite zum generator gerade Entschuldigung ich bin hier an der tür du wirst mir angezeigt naja generator bis der erste hast du mich ja ich hab doch grad gedrückt er ist bei mir am generator ja 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 er hat schlack er kommt wieder in eure richtung also er kommt wieder in meine richtung ja er ist jetzt wieder bei mir am generator gucken generator fertig ich hab falsche taste gedrückt alles gut danke ja das war hier zur andernseite wieso da war kommen wir doch her bei mir der generator ist noch nicht ganz fertig oder passt wenn er aber die ganze zeit da soll ja Andy war da hinten wo ich grad ja das ist der nächste generator hier da wo Andy ist ja ich bin schon wieder dran ne da halt da vor vor ja da ist das ne doch hier wo ist du nein nein ich seh den nein au er geht schon mal in den schrank ich mach das ich mach das immer so da jetzt ist hat schlag siehste deswegen geht direkt in den schrank der läuft hier alles ab ja 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 pass auf er kommt er kommt in deine richtung er hat dich gehört oder ne er läuft da nicht vorbei weil dann läuft er hinter mir her ich denke am nächsten generator ne er läuft hinter mir her ich spiel gerade mit ihm ne ne dann geh ich raus und dann ist das ding fertig ja jetzt du meinst gefallen und geh nicht ins haus rein ins lagerhaus ins große ja ich versuch den gerade er hat mich einmal jetzt höre ich dich nicht mehr ah nicht ins große Lagerhaus scheiße er hat mich gleich jetzt bin ich bei den Ketten er hat mich gleich oh ich seh dich weil ich seh ihn ich bin fertig ich hab's gleich ja ich hab's auch gleich ich hab's auch gleich durch das scheiß fenster hat er mich naja scheiße ah ich hab's auch nicht guck gleich da ist der killer zu weit ist zu weit ja eigentlich hat er aber recht er hat eine Marete er hat eine Marete oh ich bin gleich frei ich bin frei sehr schön jawoll ja ich bin aber trotzdem noch verletzt ja du musst erstmal weglaufen ja du meinst was ich mache wir übernehmen jetzt die Türen ja wenn er zu einer die mir gerade angezeigt worden ist wir werden immer zwei angezeigt ich habe nur eine gesehen immer noch ja es gibt's doch nicht Falle da hat er nicht er hat mich wieder durchs Fenster wo bist du im Lagerhaus ne hier weil du beugt Tür ist offen jojo soll ich noch warten hier oder was ganz kurz das tut er gewaltig jetzt hat er da hinten hängt sie da steht einer in der Falle da wo ich vorhin habe ja er hat eine Falle unter mir ihr müsst zuerst die Falle machen ist er weg? jetzt steht er ne ja ne ich höre ihn und ich hab ihn grad ne ja er läuft hier zwischen dem Heu ist bei dir das andere Tor der steht hier hinter mir auch er kämpft er kämpft er hofft jetzt dass wir Markus noch holen richtig ob ich gleich zum anderen Tor komme obwohl der hinten lag schon wieder wenn nicht der läuft weg jetzt hat er die Falle aufgehoben jetzt haut er ab ne ja der wird jetzt hier zum Ausgang ne ne ich muss kämpfen er steht jetzt stellt er die Falle wieder hin dann haut da ab oder ne jetzt läuft jetzt geht er weg ne ne er steht hier vorne ich er guck von beiden er steht genau neben euch haut da ab haut da ab wir sind da tot halt die Klappe ich bin gleich tot ich bin gleich tot ich bin tot ja aber ich kann grad nicht weg wenn ich loslaufe sieht er nicht ich bin tot gut dann kommt er zum Tor ja sie stehen er steht hinter dem Baum und neben dem Baum ist die Kiste da hat eine Spine hinter ne versteht ihr noch? wenn ich jetzt Herbstchlag habe dann renne ich jetzt los weil die Stabilität noch kurz vorm Tor holt ich hab meinen Punkt verloren weil der wird jetzt zum Tor kommen ich hab meinen Punkt verloren wieso? ich weiß nicht mehr wo der scheiß Tor ist da da ich hab's sind wir beide hier? ja wir sind hinter dem ja der haut ab dann raus ok raus hier der Schweine hat mich zurückgeladen ich hab ich wollte aber er stand nicht mehr ja 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 er hat immer dieses Gequatsche oh oh guckt euch die Punkte an ich hab meinen Punkt verloren ich hab endlich mal einen ich hab endlich mal einen ich hab mich ich hab mich ich hab mich das ich hab mich